Hallo zusammen, in diesem kurzen Update-Video möchte ich mal die Gelegenheit beim Schopfe ergreifend zu erklären, wie eigentlich der Plan B aussieht bei unserer Investition. Wir haben ja vor zwei Tagen hier bei Polycat.finance eine Investition gemacht in Höhe von 954 Dollar. Das haben wir gemeinsam gemacht. Ich habe gezeigt, wie das geht. Wer ein oder andere wird das vielleicht mitgemacht haben. Und jetzt stehen wir da. Kurs ist gefallen. Unsere Investition ist weniger wert als vorher. Ja, blöde Sache. Geht das jetzt immer so weiter? Und ist das schlimm? Ist das nicht schlimm? Darüber möchte ich jetzt ganz gerne mal sprechen. Natürlich ist das nicht schön, wenn die eigene Investition sinkt im Wert. Und jetzt gibt es also im Grunde eine, ich sag mal, Rechenkosmetik, mit der man sich das schön rechnen kann. Und wenn man die richtigen Maßnahmen ergreift, dann wirkt sich das auch tatsächlich gewinnbringend aus. Und zwar ist jetzt folgende Idee. Der Fischtoken ist gefallen von 5 Dollar 79 auf 5 Dollar 40. Wir haben jetzt nur noch 920 Dollar in diesem Pool liegen. Das erkennt man übrigens auch. Also hier unter Farms, unter Stake ist unsere Investition. Wenn ich jetzt hier diesen Pool anklicke, mit Staked Only kann ich irgendwie filtern nach den Pools, in die ich tatsächlich eingelegt habe. Wenn ich das wegmache, kommen alle Pools. Wenn ich nur die sehen möchte, in die ich eingelegt habe, dann nehme ich diesen Knopf hier. Das ist also jetzt meine Einlage, der Pool entsprechend. Und hier unten sind drei bunte Felder, in denen quasi der Status des aktuellen, also der aktuelle Status zu sehen ist. Und zwar haben wir 919,90 Dollar hier im Pool drin. Insgesamt sind 3,18 Millionen in dem Pool. Der aktuelle Kurs des Fischtokens liegt bei 5,40 Dollar. Der USDC liegt bei 1 Dollar. Ist ja klar, ist ja ein Stablecoin. Und unsere Einlage beträgt jetzt 85,17 Fisch und 459,95 USDC. Und hier wird dem einen oder anderen vielleicht auffallen, diese zwei Zahlen haben sich verändert. Das heißt, die Zusammensetzung der Assets in dem Pool haben sich verändert. Die ist nicht gleich geblieben. Und das zeige ich jetzt mal in einem Schaubild, weil man das wesentlich besser dort nachvollziehen kann. Der Fischtoken war also bei der Investition 5,79 Dollar wert und ist nach dem jetzigen Stand ungefähr 5,41 Dollar. Also die Zahlen weichen so ein bisschen voneinander ab, weil ich hier dieses Schaubild natürlich vorher machen musste. Und das bedeutet natürlich, der Fischtoken ist im Wert gesunken und ebenso der Gesamtwert unseres Portfolios. 954 Dollar ist gesunken auf 920 Dollar. Aber die Zusammensetzung, die hat sich auch geändert. Denn wir haben 82,26 Fischtokens eingelegt und 476 USDC. Und jetzt sind in dem Pool von uns 85 Fisch und 460 USDC. Was ist also passiert? Die Menge an USDC ist gesunken und die Menge an Fisch ist gestiegen. Und das liegt daran, wie quasi Liquiditätspools bei Exchanges funktionieren. Wir haben ja also in einen Liquiditätspool eingezahlt und uns LP Tokens geholt, die wir dann gestaked haben. Wir haben also in einen Liquiditätspool eingezahlt und das ist ein Merkmal von Liquiditätspools bei Exchanges, dass wenn ein Asset im Wert sinkt gegenüber einem anderen, man legt hier immer zwei ein, wenn Asset A im Wert sinkt im Vergleich zu Asset B, dann steigt die Anzahl an Tokens von Asset A in dem Pool. Das ist immer so. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Die können wir uns nutzen, indem wir jetzt eben über die sinkenden Kurse mehr von dem Token, den wir eigentlich ohnehin haben wollen, akquirieren. Nämlich mehr Fischtokens. Wenn der Kurs weiter sinkt, wird auch die Zahl der Fischtokens, die wir in diesem Pool drin haben, steigen. Und jetzt ist einfach nur die Frage, wann steigen wir aus diesem LP Pool wieder aus? Denn wenn wir rechtzeitig im richtigen Moment aus diesem Pool aussteigen, dann haben wir eine sehr große Menge an Fischtokens. Und wenn danach dann der Kurs wieder steigt, wovon wir immer noch ausgehen, weil an den Fundamentals von diesem ganzen Projekt hat sich nichts geändert. Es ist jetzt einfach nur eine Marktschwankung, die dafür sorgt, dass dieser Kurs sinkt. Später wird der wahrscheinlich wieder steigen. Zumindest ist das unsere Idee. Und das bedeutet, wir müssen eigentlich nur jetzt einen Moment abpassen, wo wir aus dem Pool rausgehen. Denn dann haben wir eine sehr viel größere Menge an Fischtokens als vorher. Und diese Fischtokens, wenn die im Wert steigen, dann haben wir natürlich mehr Gewinn gemacht, als wenn wir einfach nur Fischtokens gekauft hätten und in unser Metamask-Wallet reingelegt hätten. Also wir müssen jetzt im Prinzip irgendwann aus dem Pool raus oder wenn das jetzt nur eine kleine Schwankung ist, dann werden wir die natürlich einfach aussitzen. Aber wenn der richtig dumpt, der Fischtoken, dann werden wir einfach sehen, dass wir bei irgendeiner Menge, bei der wir zufrieden sind, aus diesem Pool aussteigen. Und dann warten wir gemütlich auf steigende Kurse, bis wir diese Menge an Fischtokens mit Gewinn verkaufen können oder anderweitig einlegen können. So, und um das erfolgreich zu machen, brauchen wir natürlich einen Verkaufspreis, einen Zielverkaufspreis, zu dem wir die Fischtokens, die wir ja dann akkumuliert haben, wieder verkaufen, sodass wir Gewinn machen. Und wenn wir einen Verkaufspreis ermitteln wollen, mit dem wir Gewinn machen, dann müssen wir unseren Einkaufspreis des Fischtokens ermitteln, weil wir müssen ja über dem Einkaufspreis verkaufen. Und wie berechnet man jetzt diesen Einkaufspreis? Zunächst mal haben wir 954 Dollar investiert und diese Investitionssumme, die steht fest. Die kann man jetzt nicht mehr ändern, das ist in der Vergangenheit. Wir haben diese 954 Dollar ausgegeben. Wenn wir jetzt zu diesem Zeitpunkt aus dem Pool aussteigen, bekommen wir ja 85 Fischtokens und 460 US-Dollar in USDC. Das bedeutet also, der Wert der Fischtokens in dem Pool, der beträgt jetzt, beziehungsweise unser Einkaufspreis für die 85 Fischtokens, die wir bekommen, wenn wir aus dem Pool rausgehen. Der Einkaufspreis liegt bei 494 Dollar, weil wir haben 954 bezahlt, 460 bekommen wir wieder und die Differenz ist 494 Dollar. Das heißt, wir haben jetzt 85 Fischtokens für 494 Dollar gekauft. Daraus kann man natürlich einen Kurs berechnen, indem man einfach den Einkaufspreis der gesamten Fischtokens durch die Anzahl der Fischtokens dividiert. Und das ergibt dann hier einen Einkaufspreis von 5,81 Dollar pro Fisch. Das heißt, würden wir jetzt aus diesem Pool rausgehen, hätten wir 5,81 Dollar pro Fisch bezahlt und wären erst bei einem Kurs von 5,82 Dollar oder mehr im Plus. Und das ist also im Prinzip die Strategie, die man machen kann, wenn der Kurs immer weiter sinkt. Man hat einen relativ schlechten Einkaufspreis, wenn man das macht, im Vergleich zum aktuellen Kurs. Das sieht man ja hier auch. Der aktuelle Kurs liegt bei 5,41 Dollar. Wir haben aber 5,81 Dollar für einen Fischtoken bezahlt. Das ist natürlich nicht so günstig. Aber was hier passiert ist, das Ganze läuft ja vollautomatisch ab. Das heißt, wir müssen hier nicht irgendwie den Bottom timen oder irgendwas in der Art. Wir brauchen gar nichts machen. Wir müssen einfach nur mal ein bisschen gucken, wie der Kurs sich verhält. Und wenn wir das Gefühl haben, das Ganze dreht, dann verkaufen wir irgendwann, gehen aus dem Pool raus und berechnen unseren aktuellen Einkaufspreis, warten, bis der Kurs steigt über diesen Einkaufspreis und machen ab dem Moment weiter. Und das würde ich jetzt hier auch tun. Also ich werde jetzt hier nicht aus dem Pool rausgehen, sondern ich werde die ganze Situation aussitzen und einfach mal ein paar Tage laufen lassen und schauen, wo wir noch hingehen. Und wenn das Gefühl ist, dass der Fischtoken immer weiter dammt, dann wird irgendwann nochmal ein Strategie-Update fällig und bis dahin lassen wir das Ganze jetzt laufen. So und im zweiten Teil dieses Videos jetzt nochmal, wie funktioniert das mit dem Harvesting und das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Hier sind einige Rewards aufgelaufen. Hier in diesem Fall erstmal nur in Anführungszeichen 32 Cent, also 0,243 Pore Tokens. Das liegt aber daran, dass ich jetzt vor diesem Video schon mal einmal geharvestet habe und die Pore Tokens, die ich geharvestet habe, die landen natürlich nicht sofort in meinem Wallet. Denn wir wissen ja, beim Pore Token gibt es ein Vesting Schedule. Das heißt, die Pore Tokens, die ich jetzt ernte, die werden erst schrittweise über die nächsten 30 Tage freigegeben. Und diese Tokens und dieser Freigabeplan, der sogenannte Vesting Schedule, den kann ich nachschauen unter Farms Vesting. Und hier sehe ich jedes Mal, wo ich geerntet habe, einen solchen sogenannten Vesting Schedule. Ich habe hier direkt vorgestern oder am 21.08. habe ich irgendwie einmal geerntet, da war aber noch nicht viel an Rewards aufgelaufen. Dann kurz darauf nochmal, das waren einfach so Testläufe, auch für ein Video hier und dann nochmal eine Stunde später oder so. Da ist natürlich in der Zeit nicht viel zustande gekommen. Aber das erste Mal richtig Reward ernten, das war am 22.08. also gestern. Und da sind dann schon 4,87 Pore Tokens im Wert von 6,44 Dollar rausgekommen. Wobei das ja auch nur ein Zeitraum von unter 24 Stunden war, wie man hier sieht. Und danach habe ich dann heute Vormittag nochmal geerntet. Ne, das war gestern Abend, 23. Quatsch, das war eben, natürlich. Also ich habe eben vor dem Video nochmal geharvestet und das lief etwas mehr als 24 Stunden. Und wir haben hier also Reward Tokens, 8,76 Pore Tokens bekommen. Die sind jetzt zur Zeit ungefähr 12 Dollar wert. Und 12 Dollar für etwas über 24 Stunden Rewards bei einer Einlage von 950 Dollar ist eigentlich keine schlechte APA. Dummerweise liegen diese Pore Tokens natürlich jetzt erstmal für 30 Tage fest, beziehungsweise werden im Laufe der nächsten 30 Tage nur langsam wieder freigegeben. Und wahrscheinlich wird der Pore Token, wenn ich die dann wirklich in meinem Wallet habe, noch ein bisschen gesunken sein. Sodass also das hier nicht die echte APR oder die echte APY ist. Aber so wie das jetzt hier ist, sieht es eigentlich schon mal ganz gut aus. Hier einmal unter 24 Stunden, da waren es 6,44 Dollar, jetzt 11,58 Dollar. Das ist eigentlich ganz vielversprechend für die nächste Zeit. Wie komme ich jetzt an diese Sachen ran? Wie komme ich jetzt an die Tokens ran? Ich kann natürlich jetzt hier jedes Mal, also wenn ich geharvestet habe, dann entsteht ja hier nochmal so ein neues Feld. Und ich kann jetzt hier jedes Mal auf Claim drücken. Macht aber keinen Spaß, ist irgendwann viel zu viel Arbeit. Sind auch einzelne Transaktionen und kostet. Deshalb gibt es hier einen Claim All Knopf. Wenn ich auf den Claim All Knopf drücke, dann hole ich alle Pore Tokens ab, die hier frei geworden sind. Ich setze mal ein hohes Gas, hohe Gaskosten, damit die Transaktion jetzt einigermaßen schnell durchgeht. Und dann habe ich die Pore Tokens in meinem Wallet drin. Das waren jetzt nicht viele, aber hier sind sie 0,011 Pore. Diese Tokens, die ich hier ernte, die kann ich natürlich dann später mit Trade umwandeln. Indem ich hier die Pore Tokens umwandle in Fisch. Das ist ja die Idee hier. Mache ich jetzt aber nicht, weil sich das nicht lohnt. Dann hätte ich die Fisch Tokens und dann kann ich die hier unter Vault im Dividend Vault anlegen. Dann würde ich also mehr Fisch Tokens bekommen für die Fisch Tokens, die ich eingelegt habe. Und mit ein bisschen Glück wird ja diese APY sogar weiter steigen. Und das wäre ja dann eine ganz ertragreiche, lohnenswerte Angelegenheit. Genau, das ist der Plan. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Erfolg. Am besten macht man das jeden Tag. Am besten jeden Tag Harvesten, um die Zinseszinsentwicklung mitzunehmen. Und ich drücke die Daumen, dass das alles gut geht. Vielleicht steigt ja der Fisch Token wieder. Ansonsten machen wir die andere Strategie. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.